Let's get free me till I'm numb Oh 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 So und damit herzlich willkommen zu einer Runde Jumpli GULTS Du, was, hallo Wir messen uns wieder darin wer der bessere ist und das ist ja eigentlich definitiv klar aber Nein, es ist nie klar Es wird nie klar sein Ich weiß klar hängt immer davon ab ob eine andere guten Tag hat oder nicht Ja, so in etwa Schauen wir mal Ich werde gleich die Gnade walten Ich glaube schon ich habe noch den Jump Der war auch zu gut gewesen Wir haben gerade eine nette Aufwärmrunde gespielt die richtig gut gelaufen ist Aber ich glaube das wollten wir hier antun und deswegen hier jetzt mal Verbesserungen dazu Hoffentlich Hoffentlich Ja Alter Zweiter Sprung Ey ich scheitere gerade an dem Drecks Vierersprung ne Auch wenn der eigentlich gar nicht so schwer ist Hm Hat sich Oh ich habe jetzt schon seit 10 rohes Fleisch Das braucht man Oho Was mache ich schon wieder Da und Jawoll Snacken wir uns die Kiste Okay 13 rohes Fleisch alter Okay 13 rohes Fleisch alter Okay 13 rohes Fleisch alter So Cool Oder Schade aber auch Muss ich nehmen Wo bist du? Ernsthaft über diese Dreckszäune Holy fuck Warum? Das ist doch dumm Aber danach wird es noch lustiger Finde ich zumindest Ich habe hier nicht wo ich denn passen Ich auch nicht so richtig aber ich glaube da Nein Unsichtbare Blöcke Aber ich habe 3 andere Ich habe nur eine Yes Ich habe mal eine Chance Ja so viel macht die jetzt auch nicht Ja er hat Pfeile Finde ich sehr schön Meins War nur einer Ein Pfeil mehr oder weniger Sind zweieinhalb Herzen Wenn du durchziehst Ja komm los Hast du auch nen Bogen? Ja Sie auch wahrscheinlich nicht Hallo Hier guckst du? Guckst du? Ja schickst du auch mal Das würde keinen Sinn machen Wieso? Treffst du mich oder was? Ich streif dich zu 100% Ich habe mein Aimboot drin Also Mhm ja ich weiß Hast sowieso immer dran 200 Herzen wenn ich durchziehe oder? Wie war das? Alter Das war schon ein Piepzug noch Ich habe so schön angefangen 200% 200% wenn du durchziehst 200% wenn du durchziehst 200% wenn du durchziehst 200% wenn ich block Ich hatte nämlich tatsächlich noch geblockt bekommen Das ist ein GG Herzen schicken wir hier Ohhhh Nein Ohhhh What the fuck? Ohhhh Schon wieder knapp Knapp am Start hier Ohhhh 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 Hast du mich gerade geschlagen? Ja Was? Durch die Wand oder was? Ne ich habe euch mal drüber rumgepft Aber du hältst Kennst du mich ja ich habe ja mein Ich muss mal kurz hier aufhören Kein Sinn So Aaron hat genug Leben weißt So das kann man schon mal machen Aufnahme Bit von Hund gestört Neuer Titel What the fuck? Weck dich Das ist schon assig von mir Das ist halt aber nicht so der Scheiß heißen Großpatzer ne? Ja Hauen wir noch einer hinterher oder schon oder? Egal wie du willst So Runde 2 Erste Runde hat Tobi einfach nur so mit halbem Herz gewonnen Ich würde mal sagen Damn lucky son Das ist halt echt Damn lucky Sein Äh Drecksküter stört wieder Aufnahme Das kann er ja ganz Das kann er Ist ja gerade bei What's im Profilbild von dem Ja natürlich Muss schon sein Ganz knuffig ist er ja Auf jeden Fall Ganz knuffig Richtig knufflig alter Oh Ich habe überhaupt kein Gefühl mehr für Jump League merke ich Ist auch nicht Ist irgendwie Ist alles so random wie springen Alter Meine Finger sind auch voll kalt Merke ich gerade Irgendwie das hat auch Ja Teils auch Scheiße Meinen ist auch kalt Das sind gleiche Bedingungen Ja Ist immer richtig nervig bei Minecraft Na das ist das Gefühl Bei Minecraft werden die aber außer Schnecke halt Ja das schon Oh mein Gott ist der weit Hä Was mache ich denn da Alter Ich dachte da wäre eine Leiter Oh mein Gott nein Ich springe einfach blind gerade Irgendwo hin Ist auch einfach keine Leiter Alles klar Da war noch nie eine Leiter Ja Das hätte aber so gut gepasst Wenn da eine Leiter Tobi springt einfach mal auf Verdacht Das sah irgendwie auch so ein bisschen aus Tobi schickt den Link dann zu der Playmitte Warum war da keine Leiter Baut da eine Leiter hin Huuuuii Oh ich liebe Klaas Modul nicht Das geht noch Kann man so schön durch springen eigentlich Fast Nein Boah Die ersten paar springen Die ersten ja aber Ab der Kiste ist das nicht Wirklich Wow Einmal dieses drüber springen So ganz knapp Kleidet er dann drüber Das war der Leiter Nein Ich war steuern Ist da Halt dein Maul Alles da Es ist soweit dass ich mich Doppelvernehmer dadurch What the fuck Alter meine armen Ohren Ja go Hast du TS Ja habe ich Warum fragst du Farks GHG Achso der hat den An Anatolski gefragt Ja Glaubst du der frag dich oder Ja Ja hallo wir sind Fame Ja Wahrscheinlich Haben wir nicht sie 60 Ja meine Ich bin grad genau durch Dieses Loch In der Mitte Gefallen bei dem Glas Ich hab mich das geschafft Alter So richtig schön Oben rein Nice Ich kann mich grad nicht mehr konzentrieren Alter Und ich Ich hab grad gesagt Dieses Glasmodul ist so easy Nee irgendwie nicht Oh shit Ja das sind Aufnahmen von hoher Qualität Wir geben uns sehr viel Mühe bei uns zur Arbeit Oh shit Ah Alter 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 Modul 6 Ist da 25 Sekunden nachschneiden um es zu beenden Kiste Kriegen wir noch Uh Komm schon Alter Das gibt's jetzt nicht was nicht Okay Schauen wir doch nicht Ich hab's grad aufgeschraubt In die Mitte des Glases zu fliegen Egal also Ähm Schon wieder keine Schuhe Das gibt's jetzt nicht Ah doch Goldschuhe hab ich Achso Ich tausche Br- äh Chainboots gegen Brust Hä? Ich hör gar keinen Sound LOL Ich war später Okay weil mir leckt grad alles Warte mal bitte Bei mir hat's aber auch direkt geleckt Kann mich gar nicht bewegen grad Ah jetzt geht's hier Hä? Ich konnte mich gar nicht drehen alter Das ist voll rumgepackt WTF Alter Aaaaaaah Scheiße Fuck my life Übern Pfeil hin alter Oder? Hä? WTF Äh Danke Kein Problem WTF Ignorieren wir das Was nicht so geplant war Aber ja Habe ich mir schon gesagt Wenn man absolut Außer Sinn auf seine Q-Taste Kommt das halt schon scheiße Ja durchaus Deswegen hab ich's auf Y Dass man nicht Außer Sinn drauf kommt Ja wasch Wir hassen's Wenn du so random trafst Alter Das ist so dumm Du weißt dass ich grad einfach ähm Gewartet hab Ich hab einfach nur still geaimt Und ich hab gewartet bis du durchläufst Und dann losgelassen Ja eben Komplett random immer Es ist doch klar dass du da nicht hinziehst Alter Du kannst nicht wissen wo ich hinläufs Wo ich hinlauf Wo ich hinlauf Sag ich will wieder eine Richtung Ähm wenn du reinläufst ist selber schuld Ja klar Cementa zeigte deinen Fuß WTF wo hämst du dich weiter Er ist so hinter sich eng Könnte er sein Telefon ist aktiviert Naja OOOH Hatte irgendwo Da 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 Alter voll geil hier drin Willste mal reinschießen Ich mach die Tür zu Komm schieß Ich beweg' mich auch kein bisschen, ich mach' nur die Tür zu. Was machen wir hier grad? Der dümmste Kampf immer. Ey, du springst doch so dumm rum. Ja, du kommst ja nie. Oh mein Gott. Oh. Oh, hab' ich dich, Alter. Ich dachte, du lebst noch. Nice. War aber knapp hier. Naja, zum Herzen. Er war schon mal knapp, würde ich sagen. Ah, ich muss meine Hände kurz aufwärmen und so. Hast du die grad in das scheiß Haus gegeben jetzt? Nein, hab' ich nicht. Ich bin dahinter. Der war bei dir. Der... Ernsthaft? Durch die Wand? Drei Mal? Oh mein Gott. Spaten, Alter. Schade, dass ich kein Bogen hab. Gib mir die Peile wieder. Nö. Ich hab' dir vorhin eine Angezug gesch... Was ihr in der Zwischenzeit jemand nicht bereuen. Ja, denk' ich mir. Oh, danke, du hast mich grad echt ausgerätten. Ich hab' echt grad... Oh, lol. Der ist grad durch dich durchgeflogen. Ja, voll an mir vorbei, Junge. Der ist bei mir halt echt durch dich durch. Ich hol' ihn noch. Ich hol' ihn noch. Keine Sorge. Hast du das Reib? Ja, auch das hab' ich. Fuck. Loll, voll nach hinten gebackt. Ja, danke dafür! Nein! Alter, du hättest mich grad angreifen müssen früher. Nein! Ja! Ja! Alter, ich hätte einen Schlag noch gebrocht oder so. In die Fresse! Ich behaupte, dass es euch gefallen. Schaut bei den anderen Videos vorbei. Schreibt in die Comments, was wir als nächstes bringen sollen. Oder was wir machen könnten noch. Abonniere nicht vergessen, like nicht vergessen. Bis zum nächsten, bis zum nächsten Video. Am Montag, würd ich sagen. Jo. Bis dahin. Jo. Ciao. Ciao.